Ich habe mit dem Stricken angefangen und zu überlegen, ich glaube vor acht Jahren das allererste Mal, da wo habe ich mein Weihnachtsgeschenk für einen Freund gestrickt, beziehungsweise habe ich es versucht und habe das online über YouTube gelernt und wirklich so immer mal Pause machen, weil ich das Vernähen nicht ganz hinbekommen habe und ja, also vor acht Jahren hatte ich quasi meine Premiere. Ich bin großer Fan von Strickmode, ich finde es ist gerade im Herbst und im Winter ist es ein muss, must have in mir im Kleiderschrank und es gibt nichts Schöneres wie selbstgemachten Schal, selbstgemachten Pulli und es ist auch ein tolles Geschenk. Also ich freue mich sehr ein Teil von Lana Grosser Familie zu sein und wirklich handwerklich, aktiv zu sein und das Stricken noch besser auszuüben und ja, ein tolles Hobby ausüben zu können. so follow ihr ritt